Das sind nur Lappen, dein Mr. Punches, der Hose mit den Fingern im Video. Ey, was ist los mit deinem Mikrofon? Fehlt dir ein Chromosom? Blutato, du wirst von mir abgeknackt. Ohne Hunter, veranstaltest du ne Maske im Ball. Heute mit, seine Existenz ist minderwertig. Mit deinen absoluten Parts machst du höchstens Kinder fertig. Das denn, dein Gangstermensch ist ein Schauspiel. Denn du machst im Instachat einer Frau Tier. Alles Opfer in diesem Ton hier. Und mit eurer Haute Qualität habt ihr euch die Fresse poliert. Und da, wo hast du dein Mikrofon? Ey, denn, was ist das für ne Scheiße? Qualifikation. Das denn, du willst von mir props. Aber ich tritt dir lieber erstmal gegen den Kopf. Yeah. Ja. 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 Na.